Hallo zusammen, ich bin Rahel, das ist Nina und Dario. Wir machen die kaufmännische Ausbildung in der AXPO in Baden. Und sagen, ihr hört unseren Arbeitsalltag. Also, kommt doch mit! Das Besondere an der Lehre ist, dass ich Freiraum habe und daher recht viel Selbstständig arbeiten kann und mich beruflich weiterentwickeln kann. An der AXPO gefällt mir am besten, dass ich für die Lernenden ganz viele Abteilungen zur Verfügung stelle und ich so in verschiedene Abteilungen reinschauen kann und so herausfinden kann, was mir am besten gefällt. Meine Haupttätigkeiten im KfL sind am Morgen Post machen, Arbeitsverträge schreiben und Dienstjubiläen anders organisieren. In der Lehre muss man mitbringen, dass man sich gut anpassen kann und sowohl im Team als auch alleine arbeiten, weil es wichtig ist, dass man kommunikativ ist, aber sich auch für eine längere Zeit selber auf etwas konzentrieren kann. An meiner KfL-Lehrer gefällt mir am besten, dass ich nach meinem Abschluss ganz viele Möglichkeiten zur Weiterbildung habe und ich mich so in jede Richtung weiterentwickeln kann. Mach die Zukunft zu deinem Beruf und bewirb dich jetzt bei der AXPO. Wir freuen uns auf dich.